und hallo und herzlich willkommen zurück hier im tempel des dummdi dumm und im let's play von jana sisters twisted dreams und wir sind jetzt hier wie schon gesagt im tempel des dummdi dumm ich habe den namen nicht ausgedacht so guck mal was das hier für ein tempel ist also bisher sehe ich hier noch nichts tempelmäßiges aber eine sehr nervige jetzt schon für mich sehr dämliche stelle fiese stelle vor allem ich muss mir erst mal mutter trinken erstmal energy drink moment ein schluck mehr so ein bisschen kann ich noch ha 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 das aus dem wald so was der mitte kann ich treffen müssen können gott das fängt ja schon gut an jetzt was alter stelle stelle ach ok muss das nach links abdüsen ok oh mein gott für hause du mich auch du mich auch musst du ernstes hoch springen rüber ok ach ach alter ich bin gerade voll erschrocken deswegen oh mein gott ja nein oh 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 no dooo 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 hallo so dass du den lag ja die aufnahme läuft doch ich hatte gerade kurz angst ich glaube dass ihr auch noch mal nicht mehr läuft so bumm sieht der dinge mal nach links er kommt der vogel her ja doch ein vogel haben zu lecken warum leckst du aufnahme läuft noch komisch naja was solls uha oh gott ach gott stimmt ja ich war gerade auf die die ja dinge so fixiert die hoch und runter kommen dass ich das bröckle nicht mehr irgendwie im plan hatte oh oh god aah scheiße scheiße was hätte ich wie es hier oh gott oh aber geil gemacht muss ich hier die spiel wieder loben ist schon schönes spiel auch ja genau ey hallo bitte hoch hey 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 so oh gott nein aah scheiße noch mal so eine szene die hat mir doch schon mal gehabt so ja ich check mal kurz ab so okay verstehe weiß was dann renne ich die flamme auf eine her hallo ich würde schon sagen würde ich mal wieder ich würde schon sagen würde ich mal wieder nein warte warte er ihm auf warte mach mal hin Das ist ne fiese Stelle. So, ich warte kurz ein bisschen, so, go. Wow. Nein. Aaaaah. Mach auf. Nein. Scheiße. Oh Mann. Ich will nach Hause. Oh Gott. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Aaaaaah. Oh Alter. Ich muss mich kurz ausruhen. Moment mal. Oh. Das war Nervenaufreibend. Wo gehst du denn hier lang? Oh. Geheims Level? Ey, wow, wo bin ich denn hier? Krass. Secret? Schluck. Was? Schluck. Was? Sollte ich hinkriegen? Ha. Und jetzt. Wieder. Wow. Wunderbar. Das war so cool. Dieses Secret war cool zu finden. Gut. Oh Gott. Was war das denn? Ja. Oh Gott. Oh. Das kommt aber auch so abrupt. Irgendwie habe ich das Gefühl momentan. Ja. Und jetzt kriege ich die Dinger hier gerade nicht auf die Reihe. Ja. Zwei Mal. Hinter dann da. Ich dachte das kommt bisschen später. Warte mal. So ist langsam langsam. Gucken. Rauf. Wozu brauche ich das hier? Was soll ich hier? Ich habe keine Ahnung. Ähm. Fuss. 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 Ah. Ich wollte schon sagen. Wie soll ich da hochkommen? Ah. Jetzt verstehe ich warum das da ist. Ah. So. Gott. Ah. Ah. Aber ich habe es. Ich habe es. Fuss. 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 Ich muss nur noch. Erstmal dann links durch mit einem Checkpoint holen. Und dann. Da drauf. Fuss. 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 Das sah wie aus dem Bilderbuch aus. Aber ich komme jetzt da runter. Das könnte funktionieren. Oh, der auch nicht. Ja. So, machen wir so. Und jetzt muss ich nur noch. Genau so. So, wie komme ich denn da jetzt lang? Da lang? So, okay. Ja, warte. So, ich komme jetzt mal wieder. Nee. Nee, nee, nee. So nicht. So. Oh, oh, oh. Ja, oh. Und. Oh, oh. Das schon. Okay, verstehe. Ah, verstehe. Das bringen wir jetzt nach oben. Okay. Hallo, nein. Das war so weit. Oh, hallo. Hoch da. Oh, Gott. Nein. Alter. Ach, nö. Jetzt habe ich mein, mein, äh, Dingsons hier. Nee. Och, das ist doch oberfies. So. Ohrkratzen. Ohrkratzen. Ja. Nein. Nein. Aber dann hole ich mit denen hier wieder. Ich bin so blöde. Was für eine Scheiße mache ich hier eigentlich. Könntest du? Rechtsharrer auf, bitte. Danke. Hehe. Unfassbar. Unfassbar, wie blöd der ist. Also ich. Okay, und. Oh mein Gott. Boah, noch eine Ehrenrunde. Ne? So. Drei, zwei, eins. Was soll das? So geht's doch viel geiler. Oh. Yay. Okay. Nein. ach genauso jetzt dass die irgendwie ziehen ich brauche das doch bestimmt das antrieb um so kommen oder der auf dieser seite als antrieb wird schon gesagt genau ja so habe ich mir gedenkt warum will ich denn hier runter jetzt ehrlich warum will ich das ich habe keine ahnung fast da und ist auch nix ok nämlich somit so ist nur noch die roten bleibt doch oben so können wir weiter cool dass man unten auch schon verstehe ich warum man da oder kann wenn er nichts ist das krieg läuft wo ist durch wie level fertig hat man 6 256 diamante von 403 wo ist der rest tja ich habe keine ahnung das ist ich verstehe das nicht ich habe immer das gefühl und es fühlt sich auch so an dass ich überall hingekommen bin und alle diamanten eingesammelt habe ganz ehrlich ich wüsste nicht mal wo ich welche übersehen könnte oder hätte trotzdem fällt fällt also übersehe ich total viele diamante irgendwie ich verstehe das irgendwie nicht keine ahnung was ich aber weiß ist dass wir im nächsten part das nächste level angehen und zwar eulen nest ja schaltet wieder ein im nächsten part in gianna sisters twisted dreams bis